Viermal ist der Verband von der Lützeböger Landmaschinenhändler an der ungeschlossenen Föderation des Artisans. Wir haben insgesamt 60 Mitglieder, und 12 von denen sind dieses Jahr präsent, ob der FHR Colt 2017 zu Etelbeck. Viermal ist der Partner vom Bauer, vom Wünsler, vom Gärtner, von den Gemengen für ihre Maschinerie, all der an der Riech zu halten, sowohl vom Invest- wie natürlich vom Service, was ganz wichtig ist. Ob der FHR Colt 2017 sind wir alle zusammen regroupiert, ob einem großen Espace, was also am Anfang ein Viermalstrasse ist, und innerhalb von dem Espace ist ein großes Vorführfeld, wo man die Leute, die Maschinerie präsentieren, und für mich versteht es mich auch zu tun, für den Bauhausen, auch für die ganze Maschine. Ich sage immer, dass er einen Traktor führt, dass er weiß, dass der Mann, der hier drin ist, für den ich nicht brauche. Kommt euch also besichern auf FHR Colt 2017 vom 30. Juni bis den 2. Juli.